mann heute gibt es eine neue folge minecraft mit dem julian am start wir spielen heute auf lp mit kev der lucky block rande mit paar leuten keine ahnung wer die sind und falls wir ausrasten dann haben sie was schlimmes getan ja was habe ich denn hier so rückstoß 10 jahr moin rückstoß 10 dann die bad rock blockfalle wieder da wir so einfach block waren hitze weg schlägt jetzt seht ich manchmal den ganzen müll weg die ich nicht brauche aber da ich kann doch das im inventar lassen das ist gut also daneben jeder war schon mal nicht ja moin der sei was ich gekriegt hab ja was ein goldener youtube play button 1 weil was ich machen kannst du dich zu diesem typ schweiß verschossen in den mittelfingerzeilen ich habe ja wir hätten fast 100 gehittet also daniel scheint wohl rasch in die grad gar nicht da versteckt sich jetzt leute minecart wer braucht mit einem minecart oh ein bisschen eiswürfel nice heiliger brust daniel mal in richtung rot kannst du weil ich muss grad eher grün beschießen weil der der macht mir grad eher angst leute soll das muss ich aber wirklich ehrlich sagen dann macht mir grad er ist als feuerwerk ja da ist deine farbe mit dabei guck oh ja ich siehs ich war einfach schnell mein bett mit quarts ein hier darf man ja leider nicht team leute also operations messer schaden ist zwei feueraspekte als eines geliebt eines geliebt dass es könnte für uns alleine runde werden ja sagen und ich kann ja ich kann mir rüstungszeile kraft dieses spielersporn oh ich konnte mir zwei eisenteile kraften schön ich habe hier kaum platz auf meine insel leben muss kurz paar blöcke kaufen sich hier mich etwas erweitern kann wenn eine bricht sich zu grün rüber ich habe kaum platz auf meine inseln ich brennen oh ein eisenschert verbrennung oh nice das ist nice leute aber gegen mich koste mit verbrennung nicht an soll ja sagen warum ich habe wasser eimer weißt du ich habe legendary knock rückstoß 10 alter rückstoß 10 normal leute das ist das ist das ist ein admin item denke ich auch körper wie sieht es mit der haltbarkeit aus unendlich schoss ja moin tschüss das ist kein problem ihr seht ich spiele mit label mod kater man hat in der aufnahme gesehen jetzt können wir das sind support auch machen report und abgeschickt leute junge ich hatte so guter gute items ich habe ihn hat gesehen habe erwischt aber wahrscheinlich so hoch geflogen schlechter hacker alter er hat hier keine brücke zu mir gebaut er hat mich einfach gekillt der admin der hallo team mitglieder wenn du dieses video siehst hast du gesehen wie er mich einfach runter geschlagen hat hier ist keine brücke sehe ich siehst du keine brücke und hat mich einfach getötet das ist ein hacker leute sorry dass ich jetzt so sagen es aber stimmt doch welches welche team v bist du er rot hätte seit team grün dann team grün ne team lila hey lol wenn ich gerade deppert leute wahrscheinlich schon mich gerade deppert ich hoffe es kommt gleich ein moderator in die runde rein hat selbstmord begangen du bist team rot julian oder ja ich bin genau neben dem hacker junge aber er ist einfach zu mir rüber geflogen und ich kann beschießen bitte weiter wir team ja nicht ich sehe ihn jetzt schon wieder nicht ich sehe ihn aber jetzt warte kurz mitten auf der aufnahme ruft mich jemand an da muss jetzt leider das weg machen wer ruft dahin eigentlich schon um diese zeit an das gehört sich gar nicht bevor das mann sind nachts werden du schläfst ruft dich ja ich war vorgekommen bei uns und wie hast du reagiert du wohnen sohn hast du gesagt oder wie er julian du bisschen ab in der aufnahme weißt du das überhaupt ja ein macht doch da eh naja ist mehr wurden beide arzt des saloren des zwergs brustplatte ich habe was habe ich für lucky blöck bekommen kann man die platzieren nice schärfe 3 rettungsplattform bekommen es ist gut jetzt habe ich auch eine kleine rüstung bei mir köpft immer jemanden vor also ich habe keine spitze aber ich kann ja die kraft weißt du was ich vorhab ha 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 also weil ich den hacker weg krieg weißt du haben wir so einen vorteil ich rüste mich gerade auch eher gut aus ich bin mir gut genug ausgerüstet der voller macht den ehrenlosen ja ja flieg einfach jetzt zu mir während ich bin ich einfach rüber dann ist es wirklich ehrenlos leute hoffentlich treffe ich habe gerade eine enderpelle könnte mich zu dem rüber werfen dann gerade mal habe ich so ein paar blöcken jungen du brauchst du mit lucky blöcken rüber so schreibe ich jetzt ja man julian da war schon dass ich einen moderaten dann später anschauen wird da ist das stimmt ja er macht den wuren sohn weiter ich fick den da ging ihm nix dann geben auf ihn er wascht mich gleich selbst du weißt teaming ist nicht erlaubt auf dem server ja wenn du bei ihm in die base rennst du ins bett abbaus das kann ich ja machen oh jetzt ist jetzt ist er tot ich hab bogen und ich bogen habe mit unendlich erst bei mir was hat der für ne range daniel hat rein check denkt man die als runtergeschmissen aber jetzt habe ich jetzt mal bogen ja da bin ich einmal nur noch weg aber so gut geht das heruntergefallen ist der hekt echt wirklich und raten was ich jetzt mal deswegen jung der schießt auf mich von wo aber ich brauche gerade weg einfach zurück ich sehe es ja gerade und er hat auf mich geschossen ich brauche schneller bau items buren sohn ja ich kaufe bei den ender perlern klatsch ich meine ich muss mir gerade wirklich meine mauer hochziehen dass ich mich nicht mehr treffen kann ich bin so unsicher von meiner position vor allem nur eigentlich will er dich nur bekämpfen oh jetzt hat es bekommen komm doch her ich treff dich doch eh ja komm nein ich hätte den beiden runter der geht zu dir der geht zu dir okay das ist auch gut was ist was ist besser packte dann gegen der hunde auf mir und da jetzt aktivierten wir gehen dann schweigen support noch und dann dann frage ich wo er wohnt die mona schaut mal hier ist persönlich zu ihm nach hause und verkloppt ihn das ist ja mein recht in dem fall leute hofft dass wir den daniel lenke ihn mal ab ich muss ich schütze mich lieber katja selber du kannst du ja so wissen wissen also ablenken dass er in deine richtung geht da nicht aufpassen zu mir geht oder zu dir geht und ich gehe da zu ihm und ich habe so eine basis um eine base zu uffälligerweise grad aus der distant doch alter ich muss schon so hoch die mauren hochziehen dass ich mich leute ist das noch nicht noch eine normale becky da gibt wo es runde ich glaube nicht wache eine jolo option macht es da ist noch ein bogen noch ein bogen und da ist ich habe einen creeper bogen creeper lenken ab ja aber ich weiß nicht mal wo er ist zur info ich sehe durch den mit tnt die rüber bau ist das problem ist ich habe keine ahnung wo der idiot ist genau weiß ich in der base camp reicht es dir was habe ich jetzt noch bekommen fallschirm weiß ich habe einen fallschirm wozu kommt hier hat es gesehen du warst schon dass ich aufnehmen du bist auf jeden fall gebannt es ist wirklich an hacker leute es ist nicht mehr normal wie er spielt dass ich einfach von engbo von da oder von da haben zu mir rüber geflogen und dann habe ich einfach gekillt zu wenig mein bett hat er mich so krank ich frage ich frage nach ip ich haute meine aufs maul alter was ich baustelle zu dir rüber dass ich dich etwas beschützen kann alter ich ich komme es persönlich zu ihm und hau ihm eine auf die fresse so leute aber unser turm ist jetzt etwa stutzig ich weiß mich mal mit deinem mit deiner fotze am schlägten julian wir sind in der halbein egal hat gleich etwa du dumme fotze rein ich mache mein gott meine sachen kurz mal fällt falls er mich abknallt jetzt geht auch noch zurück alter diesem pussy ja guck mal siehst du der vorteil ist ich mache jetzt einfach auf eine gute taktik ne der kämpft bei mir dieser verfickte sohn alter ich fick dem seine mutter alter ich gehe jetzt zu dem höchstpersönlich hin und und bring ihn um mit der schrotflinte report wegen hurensohn das ist jetzt mein server würde ich den bahn wegen hurensohn egal daniel fick ihn fick ihn schön in den hoden rein dass er nicht mehr ficken kann und keine kinder mehr machen kann ficken richtig ich brauche mich erstmal zu dem idioten rüber ich nehme vielleicht zu sich meinen bogen mit dass ich dem körper das ergen kann er dann kommt oh mein gott leute jetzt hat es für mich ernst jetzt für mich jetzt ich bin ich mache gleich zwei reports hinterher ja ich habe ich habe ihn gekillt ich habe ihn gekillt als das war schon ersatz zu uns jetzt hat es für mich auf dass du das sie ist was ich jetzt schreibe aber kein beleidigt du als wir sind ich bin in der aufnahme gerade ja kommt der mit seinen kripp ins gesicht dann bekommt sie ein okay ich kann ich wasche ich wasche ich wasche egal wie so schreibt der ist gleich der hackt okay ich habe ich habe ihn scheiße ich muss mich ja ich war auch an seinem bett dann hat er dann hat das seine unsichtbarkeit hecke rein gemacht daniel jetzt der ich glaube der hackt auf jeden fall leute ich kann speziell muss mich gut ja der hackt der sagen warum warum der hat mit der range so hoch gestellt die das abgebaut ja hat die range auf 100 blöcke hoch ja jetzt kannst du ja denken was er konnte er konnte an deiner insel spät weg da verfügt so dem gehört nein scheiße ich bin raus geflogen weil es war es mir wieder weg in so vor den support leute sorry das war's das war's das war's